Und wir geben den Herrn Danke, dass Gott uns an diesem Tag gesegnet hat. Das ist ein heiliger Tag. Amen. Unsere Zeit wird niemals umsonst sein. Your sacrifice to be in the house, in the altar of God, will never be the same again. And it will never be the same again, because God is going to bless you even more. Durch dein Opfer und die Zeit, die du hier gibst, um am Altar Gottes zu sein, wird dein Leben niemals gleich zu bleiben. You are all welcome in Living Hope International Church. You are all welcome in the Living Hope International Church. Living Hope comes from the Word of God. Living Hope, lebendige Hoffnung, kommt aus dem Wort Gottes. In 1. Peter 1, 3. In 1. Petrus 1, 3. That we have a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Wir haben eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Und diese Gemeinde hat sich dafür entschieden, eine internationale Gemeinde zu sein. Weil der Wille und der Traum Gottes sind, dass wir in Einheit sind. Er sagt in seinem Wort, dies ist ein Betthaus für alle Völker. Feel at home. Although your color is different, my color is different, we are united as one. Feel this wie zu Hause, obwohl deine Hautfarbe anders als man ist, aber wir sind eins in Christus. Amen? Amen. And I do believe, because you are, we are in unity, the blessing and the anointing of the Most High God is upon to each one of us. Und ich glaube, weil wir in Einheit sind, wird der Segen und der Segen Gottes über uns sein. I always say that it's all about Jesus. Und ich sage es immer, es geht nur um Jesus. This life belongs to him. Dieses Leben gehört ihm. Amen. Everything without the Lord is meaningless. Alles ohne Gott ist bedeutungslos. But with God, we are victorious. Amen. Aber mit Gott sind wir siegreich. Amen. Amen. So in the New Testament, also im Neuen Testament, Jesus started the church. Hat Jesus die Gemeinde gegründet. And he said, I will build my church. Er sagte, ich baue meine Gemeinde. And the gates of hell shall not prevail against it. Und die Tore des Himmels wird sie gegen ihr nicht bestehen. We are the church. Wir sind die Gemeinde. Somebody said, we are the church. Lass jemand sagen, wir sind die Gemeinde. Amen. And the gates of hell shall not prevail against us. Und die Tore der Hölle werden gegen ihr nicht bestehen. Amen. There's power in our words. Es gibt Kraft in unseren Wörtern. And, but this church in the book of Acts. Aber diese Gemeinde in den Apostelgeschichten. When they started. As sie anfingen. The Holy Spirit was poured out on them at the day of Pentecost. Wurde der Heilige Geist auf sie am Pfingsttag ausgegossen. From that moment, there were revival. Und von da an war die Erweckung. There's miracles. Da waren Wunder. So people got saved. Also wurden die Menschen errettet. But you know what? They have also persecutions. Aber wisst ihr, es gab auch Verfolgung. There were problems. Es gab Probleme. There were arguments. Es gab Diskussionen. And there were strife and all kinds of stuff they experienced. Und sie haben alle möglichen Sachen erfahren. But the church just kept on advancing. Aber die Gemeinde ist weiterhin vorangegangen. The church keeps on moving forward. Aber die Gemeinde ist weiter gewachsen. As I said, this is. We are the church that keeps on moving forward. Und so wie ich gesagt habe. Wir sind die Gemeinde, die vorangeht. John chapter 16 verse 33. Johannes 16 verse 33. It says. I have told you. These things I have spoken unto you. That in me you might have peace. In the world you shall have tribulations. But be of God cheer. I have overcome. It's a world. Das habe ich mit euch geredet. Damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. You will be unshakable. Du wirst unerschütterlich sein. You are assured. Du bist gesichert. And deeply peace in our hearts and minds when you have Jesus. Und eine tiefe Frieden und Freude in unserem Herzen, wenn wir Jesus haben. You know this church living hope. Wie sie diese Gemeinde living hope. Gibt on advancing in spite of the challenges and difficulties that we have. Geht vorwärts. In mitten, trotz allen Herausforderungen und Widrigkeiten, die uns begegnen. Because our total trust and dependency is upon him. Weil unsere volle Vertrauen und Abhängigkeit liegt auf Jesus. We started this ministry in our sitting room. Wir haben diesen Dienst in unserem Wohnzimmer. Und es war ein Schritt des Glaubens. Und durch die Jahre ist Gott sehr treu. We dealt a lot of challenges, but we choose to move forward and keep on trusting the Lord day by day. Wir sind sehr vielen Herausforderungen begegnet, aber wir haben uns entschieden, Gott Tag für Tag zu vertrauen. We seek God's help. Und wir sehen Gottes Hilfe. We seek God's miracle. Und wir sehen Gottes Wunder. We see that the anointing of the Lord is upon in this ministry. Und wir sehen, wie die Salbung Gottes über diesen Dienst liegt. Because if without him, we stopped long time ago. Weil ohne him hätten wir längst aufgehört. Amen. Amen. But because of the Lord, that is a strong tower in this ministry. Aber aufgrund des Herrn, der eine starke Festung in diesem Dienst ist. We keep on moving forward. Dann gehen wir weiter voran. We keep on believing. Wir sind beständig im Glauben. We keep on doing his will. Wir sind beständig in seinem Willen zu tun. Amen. And that is the will of our father. Und das ist der Will unseres Vaters. So it's one month now that Pastor Maxwell is preaching about revival. Das sind jetzt ein Monat. Jetzt ein Monat sind wir im Thema Erweckung. As a church we are in unity. As Gemeinde sind wir in Einheit. Expecting the outpouring of the Holy Spirit. Und wir erwarten die Ausgießung des Heiligen Geistes. In our lives. In unserem Leben. In our families. In unseren Familien. In every church as heaven in this land Germany and beyond. Und in every church as heaven India and beyond. We need revival. We need revival. The revival. We cannot just sit down and do nothing. We are the leaders of this revival. We can't aren't downhill. And we do believe that the Holy Spirit is going to do it again. And we do believe that the Holy Spirit is going to do it again. And God is going to use you. And God will you come to use you. Bist du bereit, vom Heiligen Geist gebrochen zu werden? Bist du bereit, gebrochen zu werden in dieser Endzeit? Amen. Wenn du nicht willig bist, dann wird Gott einen Stein erwecken, der das tun wird. Aber sei bereit und willig, Gott zu gebrochen. Wir sind partners mit Jesus. Amen. Wir sind partners mit Jesus. Heute, der Titel meiner Botschaft ist heute, ein Wunder zu gebären. Ein Wunder zu gebären. Jeder von uns, als wir Jesus als unser Herr und Erreter angenommen haben, das war der größte Wunder, der in unserem Leben geschieht. Stimmst du mir zu? Du kannst dich daran erinnern, wie du Jesus dein Leben übergeben hast, mit weinen und mit einem bewegten Herzen, weil der Heilige Geist dich dazu bewegt hat. Amen. And that was 20 Jahre ago or 30 years ago. You can still remember, yeah? Auch wenn das 20 oder 30 Jahre her liegt, kannst du dich immer noch daran erinnern. And that was the greatest miracle that God has, that happened in your life. Und das war der größte Wunder, der in deinem Leben geschehen ist. So day by day, we are becoming more of what we ought to be. Also Tag für Tag werden wir immer mehr zu dem, was wir werden wollten. Less of what we are. Und weniger von dem, was wir jetzt sind. Day by day, we are becoming more like Christ. Und Tag für Tag wirst du mehr und mehr wie Christus. Amen. 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 There is a spiritual change in our lives. Eine geistliche Veränderung in unserem Leben. Amen. There is so much joy. And it is so much joy. There is so much peace. And it is so much peace. The fruit of the Holy Spirit is manifesting in our lives. Die Früchte des Heiligen Geistes werden in unserem Leben offenbart. That is not your doing. It is the doing of the Holy Spirit in your life. It is the doing of the Holy Spirit in your life. Acts chapter 1 verse 8. Apostelgeschichte 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the world. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judea und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesus hat den Jüngern versprochen, dass sie die Kraft empfangen würden, nachdem der Heilige Geist über sie gekommen ist. Und merkt euch die Durchführung. First, they would receive the Holy Spirit. Zuerst werden sie den Heiligen Geist empfangen. Second, he would give them power. Dann wird er ihnen Kraft geben. And third, they would witness with that extraordinary result. Und dann werden sie Zeugen werden mit dieser wunderbaren Ressourcen werden. So Jesus hat den Jüngern beauftragt, Zeugnis über ihm an alle Nationen zu geben. Und es ist der gleiche Auftrag für jeden von uns, der sagt, ich bin ein Jesu Nachfolger. Es hat sich nicht geändert. Es ist der gleiche Auftrag, der uns allen gerichtet ist und wir sollen ihn ausfüllen. Aber du musst nicht mit dem Ende der Welt anfangen zu dienen. Wir sollen in Jerusalem anfangen. Und ihr wisst, unser Jerusalem ist unser Selbst. Und unser Jerusalem ist uns selbst. Du selbst und ich selbst, das ist Jerusalem. Amen. Because we cannot, we cannot be a blessing to others. You know, we cannot give something if we don't have. Wir können kein Segen sein für anderen. Wir können nichts geben, was wir nicht haben. We need to abide in him. Wir sollen in him uns ausruhen und in him wohnen. Mit 18 hatte ich Jesus als mein persönlicher Herr und Erretter angenommen. Und ich kann bezeugen, dass der Heilige Geist über mein Leben ausgegossen wurde. Weil ich immer wieder Zeit im Gebet verbringe. Und ich lese das Wort. Fastend. Und ich glaube, es ist sehr wichtig für unser geistiges Wachstum. Und ich trachte beständig zuerst nach dem Königreich Gottes. Ich gebe mein Leben zu ihm und gebe mich hin für seine Bestimmungen. Und ich bete immer, dass Gottes Wille in meinem Leben geschehen soll. Nicht mein Wille, sondern Gottes Wille in meinem Leben. Es ist nicht durch Kraft, nicht durch Herr, sondern durch die Wirkung des Heiligen Geistes in mir. Und bis jetzt bin ich für die Dinge Gottes hingegeben. Wie gesagt, wir sollen in uns selbst anfangen. Weil die Erweckung in uns beginnt. Darum werden wir ermutigt, nicht faul zu sein. Und wir arbeiten hart und dienen dem Herrn mit voller Enthusiastik. Enthusiastik bedeutet? Joyful, cheerful, nicht schweig, nicht schweig. Warum ist es, diese Kirche ist nicht fertig? Warum ist es, diese Art von Schildern ist nicht gut? Nein, nein, nein. Und so, mit Enthusiasmus heißt mit Freude und nicht mit Mohren und Klagen. Was ist das hier noch nicht fertig? Warum ist das da falsch gemacht worden? Nicht sowas. Wenn du siehst, was noch nicht schön ist, dann tue was dafür. Amen. Weil wir sind keine super Menschen hier. Wir sind keine super Menschen hier. Es ist alles durch die Gnade Gottes. Und wenn du siehst, dass Dinge, die noch getan werden müssen, dann stell dir zur Verfügung und sei bereit, von Gott gebraucht zu werden. Yes, you are so much welcome. Also, du bist so willkommen. You are welcome. Du bist sehr willkommen. Amen. Amen. So, we have millions of people that know Jesus Christ as their Lord and Savior. Es gibt Millionen Menschen, die Jesus als ihr Herr und Errechter kennen. Aber sie sind in den Dingen Gottes faul. Weißt ihr was? Es ist erschreckend zu wissen, dass der Teufel liebt es, wenn Christen faul sind. Wir müssen aufwachen. Die Zeit läuft ab. Es ist die Zeit, aufzuwachen. Weil es ist die Zeit, das zu tun, wofür Gott dich berufen hat. Bevor ich abends ins Bett gehe, habe ich meinen nächsten Tag schon geplant. Ich schlafe nicht, bevor ich meinen nächsten Tag geplant habe. Und dann gebe ich alles in Gottes Hände. Also, ich stelle auch meinen Wecker auf mein Handy ein. Und ich stelle sicher, dass ich das ein bisschen weiter lege, damit ich aufstehen kann. Und tue es auch so, weil wenn du diese Wecker an deinem Bett legst, dann wenn es anfängt zu beamen, dann wirst du ausschalten und weiter schlafen. Wir sollen diszipliniert sein. Aber es gab Zeiten, wo aufstehen das Schwierigste war. Aber ich habe mich entschieden, aufzustehen. Und ich musste meinen Pyjama ausziehen. Und mich für den Tag anzuziehen. Ich tat es, weil ich ein Ziel in meinen Gedanken hatte. Ich hatte Dinge zu tun. Amen. Brethren, wenn ihr Jesus anbetet und für ihn arbeitet, Und nachdem ihr Zeugen in Jesus in Jerusalem gewebe seid, dann werdet ihr auch in Judäa gesandt werden. Das ist eine Beförderung. Denkt daran, Jerusalem bist du selbst. Und in all Judäa, das bedeutet, deine Familie, deine nächsten Menschen, die dir am Nahen stehen. Deine Frau, deine Ehefrau, dein Ehemann, deine Kinder, deine Eltern. They are your mission field. Die sind deine Mission field. Okay? Love them. Liebe sie. And pray always that they will receive Jesus as their personal Lord and Savior. Und bete dafür, dass sie Jesus als ihre persönliche Herr und Erreter annehmen. I started in my Judea. Ich habe in my Judea angefangen. I did what I shared to you. Und ich habe das getan, was ich mit euch teile. I reached my family with the love of Jesus. Ich habe meine Familie mit der Liebe Christi erreicht. Thanks be to God. My parents and my siblings, they are all saved because of the love of Jesus. Dank Gott. Meine Eltern und meine Geschwister sind alle gerettet durch die Liebe Christi. I keep on showing kindness upon kindness. Und ich zeige ihnen immer die Güte, die Güte Gottes immer und immer wieder. I put action of what I believe. Ich setze um, was ich glaube. Amen. Don't just talk and talk all the words here. Oi, you listen. Come, come, you sit down here. Children, you sit down here and listen. No, with love. And put, really, that love is very powerful. Sei nicht nur jemand, der redet und sagt, dass hier steht es. Und sei jemand, der handelt und Liebe handelt. Okay. Okay. Don't do like this to your children, yeah. So, let them, you know, let them hear the word. And when you share the word, with really, with softened voice. With love. Amen. Und teile das Wort mit deinen Kindern, mit einer ruhigen Stimme und mit Liebe. Because our family are watching how we live, how we speak. Denn unsere Familie schauen uns, wie wir leben und wie wir reden. So, let your light shine. Be a good testimony. Also, lass dein Licht strahlen und sei ein gutes Zeugnis. A good influence that people around you can see a big difference. The time that you did not receive Jesus and the time now that you have Jesus in your life. Lass die Menschen erkennen und wissen, es gibt einen Unterschied, weil du noch nicht Jesus kanntest und weil du jetzt Jesus kanntest, anders. You know, as a couple, you are a very powerful force. As ein Ehepaar, seid ihr eine kraftvolle, eine wirkungsvolle Kraft. That's why Satan knew the impact a husband and wife. Satan wusste die wirkung, die wirkung die ein Ehepaar haben kann. Can make when they are united as one. When sie als eine Einheit auftreten. He understood the impact they could make it effectively building God's kingdom. Er hat verstanden, welche Wirkung sie haben könnten, wenn sie gemeinsam das Reich Gottes bauen würden. The enemy is convinced that if he can stop or destroy a marriage, Der Feind ist dafür überzeugt, dass wenn er eine Ehe zerstören kann, Dann kann er die Effizienz aufhalten. Also deine Ehe ist sehr wichtig. Fight a good fight of faith. Kämpfe den richtigen Kampf des Glaubens. And invite the Holy Spirit, our source of power. Lade den Heiligen Geist ein und heiß ihn willkommen. The Holy Spirit come alongside of us. Er wird zu uns kommen. Er ist immer da, um uns zu helfen. Convect us. Er ist da, um uns zu überführen. Walk with us. Und mit uns zu wandeln. And we walk in victory. Und dann werden wir in den Sieg wandern. Amen. That's why broken families are not the will of God. Darum zerbrochene Familien ist nicht der Wille Gottes. His desire for you and your household, that you're gonna serve the Lord. Sein Wille für dich und für dein Haus ist, dass ihr den Herrn dient. I know that every marriage has its own challenges. Ich weiß, dass jede Ehe ihre eigene Herausforderungen hat. Marriage is not a better process. Die Ehe ist keine Rosensack oder Rosentüfte. Marriage is hard work. Ehe ist harte Arbeit. Voluntare yourself to work daily on it. Sei willig, tagtäglich an deiner Ehe zu arbeiten. Because marriage is like a car. Weil die Ehe ist so wie ein Auto. That needs proper maintenance and proper service. Dieses Auto braucht die richtige Wartung und die richtige Überprüfung. Wenn du dich sehr um dein Auto so kümmerst, dann kümmere dich auch sehr gut um deine Ehe. Es ist so schön in einem Auto zu fahren, das so viel Zubehör hat. Und so leuchtet. Aber stelle sicher, dass deine Familie dein erster Dienst ist. Amen. And this can only be achieved through prayer. Und this can nur durch Gebet geschehen. Liebe. Care. Achtsamkeit. Patience. Geduld. You agree with me, patience. Kannst du mir zustimmen? Geduld. Total commitment and understanding. Völlige Hingabe und Verständnis. Und wisst ihr, wenn das Ehepaar in sich glücklich ist, dann wird er sich auf die Kinder übertragen. Because you know, the children are watching the mama and papa. If they keep on fighting or, you know, arguing, they don't have peace. And they don't even want to listen to you. Also, die Kinder schauen auf Papa und Mama und wenn sie ständig kämpfen und sich bekriegen, werden sie keinen Frieden haben und sie werden euch nicht mehr zuhören. Aber wenn die Atmosphäre im Haus gut ist, dann ist es sehr einfach, unseren Kindern Ratschläge zu geben. Above all, keep on praying for your marriage. Und über alle, bete für deine Ehe. And the lives of your children. Und das Leben deiner Kinder. Dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis Christi über sie sein. Wir glauben, unsere Kinder werden mächtig im Lande sein. Und auch wenn es unmöglich scheint und so sieht, als würde es nie sein, bekennt es, ich und mein Haus werden den Herrn dienen. Wir werden den Herrn dienen und ihn segnen. Unsere Wörter sind satt. Das ist so, dass du keep on believing, speaking words full of grace. Darum glaubst du und du sprichst Worte, glaubensvolle Worte aus. Confessing victory in every area. Und du bekennst Sieg in jedem Bereich. In every area, in the lives of our children, our husband, our wife, even they are stubborn. Keep on believing, keep on trusting the Lord. Und du glaubst an die Wirkung Gottes in jedem Bereich deines Kindes, für deine Ehepartner. Und auch wenn sie stur sind, hör nicht auf, das zu bekennen. Believe in his word with God. All things are possible. Glaube an seinem Wort. Mit Gott sind alle Dinge möglich. When your children are stubborn, wenn deine Kinder stur sind, hör auf, auf sie zu schreien. Wenn sie schlafen, legt sie ihnen die Hände auf und bete. Und lade die Kraft des Heiligen Geistes und ich glaube, dass Gott mächtige Dinge im Leben deiner Kinderzeiten gibt. Die richtige Zeit kommt, wenn du nicht aufgibst. Amen. Remember that you received the miracle when you accepted Jesus Christ. Denk daran, dass du diese Wunde empfangen hast, als du Jesus Christus angenommen hast. You will give birth to a miracle when you are willing to be used by God. Du willst ein Wunder gebären, wenn du bereit bist, Gott zu gehorchen. Wenn du nicht aufgibst. Amen. Keep on thanking God. Evan, the situation is not good. Dank Gott weiterhin, auch wenn die Situation nicht gut aussieht. Sei ein guter Zeuge in deiner Familie. Philippians 4, Vers 6-7 Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen, dass euer Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott herkund werden. Und der Friede Gottes, der Höhe nicht aus alles, alle Vernunft, bewahrt euer Herzen und Sinne in Christus Jesus. The instruction is very clear. Don't worry about anything. Die Forderung ist ganz klar. Sorgt euch um nichts. Walk in faith and not in fear. wandern in Glauben und nicht in Furcht. Don't worry about things God has already worked out in your life. Sorg dich nicht um Dinge, die Jesus bereit in deinem Leben erledigt hat. Leave everything to God. Lass Gott alles. Yeah, if you've done what you can, then just put your total trust in the Lord. Wenn du, nachdem du das getan hast, was du tun hast, leg dein voller Vertrauen in den. Stand still and you are going to see the salvation of the Lord. Steh, bleib still und dann wirst du die Errettung Gottes erfahren. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So, if you graduate in your Judea, then you will be a witness in Samaria. Wenn du mit deinem Judea fertig bist, dann wirst du ein Zeuge in Samarien werden. Your Samaria is your brother and sisters in Christ. Dein Samaria sind deine Geschwister in Christus. Amen. Amen. We need to love one another, yeah? Wir sollen einander lieben. Amen. Matthew chapter 12, verse 50. Matthew 12, verse 15. For whosoever shall do the will of my father, which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. Matthew 12, verse 50. Verse 15. Denn wer irgendein Willen meines Vaters tun wird, der in den Himmel ist, derselbe ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Let us love one another for God is love. Lass uns einander lieben, weil Gott ist Liebe. And he made us to be caring and kind to others. Er hat uns dazu gemacht, dass wir aufeinander achten und dass wir gütig zueinander sind. So we receive the love of Jesus and it will just blow automatically to our brothers and sisters. Also wir empfangen die Liebe Christi und die wird automatisch zu unseren Geschwistern hinfließen. And Jesus himself said that whatever we do to the needy, und Jesus sagte, was auch immer wir den Bedürftigen tun, the helpless, den Hilflosen, the oppressed, die unterdrückten, whatever we do, we do it unto him. Was auch immer wir tun, wir tun das für ihn. We are our brothers and sisters skipper. Wir sind Hüter unserer Geschwister. So in this church we came from different countries. In dieser Gemeinde kommen wir aus unterschiedlichen Länder. With a different background. Wir haben unterschiedliche Hintergründe. Different past. Unterschiedliche Vergangenheit. And I love how God united us one. This is a house of worship where all people can come, no matter what situation and color we have. Und this is a Gemeinde in der Menschen kommen können, ganz egal aus welcher Farbe die stammen und welchen Hintergrund sie haben. Everyone are welcome to come and experience the love of Jesus. Alle sind eingeladen und sind willkommen um Jesus zu erfahren. As a church, let's keep being in unity. As Gemeinde, lasst uns in Einheit bleiben. With the same heart. Mit einem gemeinsamen Herz. With passion. Mit Leidenschaft. Doing the vision that God has given us. In der Vision leben, die Gott uns gegeben hat. Our vision in this ministry is reaching out and enriching lives. Unsere Vision in dieser Gemeinde ist Menschen zu erreichen und ihr Leben zu bereichern. That's why if, you know, when you are not in a hurry, just spend time after the service, spend time with our brothers and sisters. Nach dem Gottesdienst, wenn ihr es nicht so eilig habt, dann verbringt mal Zeit mit den Geschwistern. Yeah, let's continue to be closer to one another. Lass uns weiterhin aneinander nahe bleiben. By the grace of our God, we always have refreshment, we have food. Let's sing together, let's laugh, let's talk. durch die Gnade Gottes haben wir immer eine kleine Erfrischung nach dem Gottesdienst. Lass uns zusammen essen, lass uns zusammen trinken und lass uns miteinander sprechen. God said that we don't neglect in a being together. Gott sagt, wir sollen die Zusammenkünfte der Heiligen nicht vernachlässigen. Amen. So now our next mission to the ends of the world. Are you ready? Our next mission ist bis zu den Enden der Erde. Seid ihr bereit? You know, the grace of God is sufficient enough. Wisst ihr, die Gnade Gottes ist genug. We are going to make it with the help of the Holy Spirit. Wir werden es mit der Hilfe des Heiligen Geistes schaffen. Your ends of the world meaning your workmates. Die Ende der Erde bedeutet für dich deine Arbeitskollegen. The people outside. Die Menschen, die da draußen sind. Your friends. Deine Freunde. Amen. So Colossians 3, 23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. In Colossians 3, 33, da steht, was auch immer du tust, tu es so als den Herrn. This verse continues false instruction to the believers. This verse is a so a Geburt Paulus an die Gläubige. Amen. Let us be that the character of Jesus will be seen in our lives. Let us so handeln, dass der der Charakter Jesus in unserem Leben sichtbar wird. Even in your workplace. Auch an deiner Arbeit stehen. Amen. Yes, that good character will be seen in Jesus' name and they are going to ask you, what do you believe really? You know, they can see a big difference in you. Sie werden diesen Charakter sehen und diesen Unterschied in dir sehen und sie werden fragen, woran glaubst du denn? So don't hide your light. Also verstecke dein Licht nicht. Let it shine for Jesus. Amen. Das ist für Jesus leuchten. And I will give you a tip. Und ich werde dir nur einen Tipp geben. Yes, you have many friends, right? Of course you are. So friendly. Und du hast viele Freunde. Ja, natürlich, du bist sehr freundlich. So I want to encourage you to share your testimony, short but powerful testimony. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dein Zeugnis so kraftvoll zu teilen. How you become who you are today. Wie du dazu gewonnen bist, wer du heute bist. Short but powerful. Kurz aber kraftvoll. Und send to all your friends your e-mails address. Und send das an all deine Freunde in deine Kontakt Liste. Amen. You send Evan what's up and then after you send maybe only three or five people will come back to you and they will ask what you believe. Und vielleicht werden nur davon zwei oder drei zurückkommen zurückantworten und fragen was glaubst du denn reply with the wisdom from God and continue to win souls for his glory and honor. Amen. We have work to do. Every empty seat on earth represents empty seats in heaven. So we really need to work. We are not lazy people. Let us bring people in the house of the Lord. That they will be saved, they will be disciples and they will bear fruit. And when we are going to do that with the help of the Holy Spirit, we are going to see the extraordinary results in Jesus mighty name. Amen. 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 Yes, it's not time for us to just sleep. Oh, I'm tired. Oh, I can just watch online. You know, it's not time to be lazy. It's time to wake up. It's time to be joyful, serving the Lord with all of your heart, mind, soul and strength. It's time to give the will of God in our lives. God promised in Revelation chapter 22 verse 12. And behold, I come quickly and my reward is with me to give every man according to his works. Your service in the Lord will never never be in vain. He is a just guide. He will come with our rewards. Really, if your boss is faithful giving you a good salary, how much more our mighty guide? What we saw is what we going to reap. That's why we are not tired of doing good for the appointed time. We are going to reap the harvest. So let us do the things he called us to do. At the end God will tell us well done good and faithful servants. That is my heart's desire. That when my day come. This is the testimony that God is going to tell me. And my deepest prayer to all of us that this is also our longing. prayer that you desire that one day when you meet Jesus Jesus is sharing you and telling you well done good and faithful servants. Amen. Amen. the Lord. Let's sing the song Hallelujah. Hallelujah. Before we close, let's sing the song Lord Send Revival. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Give on believing that Revival is going to happen and that Revival will start within us. Die Erweckung wird in uns beginnen. Amen. Amen. Praise the Lord. He's like a river wash over me Dress me in water as deep as the sea Hide me in love your healing embrace things like a river wash all of everything worship your majesty worship your holy name Jesus my everything all that I have is yours worship your majesty worship your holy name Jesus my everything all that I have is done love come holy spirit rain down on me go through heavens and dredge the sea pour out your presence as pour out your pain come come holy spirit lord have your way worship your majesty worship your holy name Jesus my everything all that I have is one of majesty i worship your holy name Jesus my everything all that I have is is come come home come home home of them drink my game flood every heart with mercy oh pour all your presence and have it our praise as we Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We invite you to Revival, Lord Jesus. We call on your Revival, Lord Jesus. Send Revival, Lord Jesus. We call on your name, Father. Please send Revival, Lord Jesus. Please send revive us, people.